Der Fußball ist da, oder? Ich bin Re... My name is Knox, I'm... We are ready, Knoxhausen. Why do you play football? Warum spielt sie Fußball, junger Mann? In der Gummibärliga. Wie viele Tore haben sie schon geschossen, mit ihren Füßen? Sag sie mal, wie viele Tore? Weiß ich nicht. Er weiß nicht. Der junge Mann weiß nicht, weil er schon so ein Torgegeger ist, oder? Abwehr. Abwehr. Ach so, aber in der Abwehr kann man doch keine Tore schießen. Oder du schießt von hinten total rein, oder so? 2 Tore habe ich schon. 200 Meter schießt du, oder was? Weil ich immer so weit vorgehe. Ach so. Bist du sehr schnell, oder? Ja. Eh gut. Der schnelle... Was hast du eigentlich, glaube ich, da? Kilian. Kilian, der schnelle... Was mache ich? Danke, Herr. Das habe ich nicht gemäßt. Danke. Ja. Ja. Äh... Warten mal an Karriere zu spät, nicht, oder? Danke. Die Rumpsteherein da drinnen. Also, ja... Der Resseste ist der Klappe. Der Meerdler hat uns das Geschenk. Genau. Was hat er dir geschenkt, Sigi? Na... Das ist für mich jetzt nochmal... Na, zu blonen Murbeln, oder wo? Ah, ja. Hellen. Ja, zum Möne Kette. Herrle. Das war der... Der Olli dann. Über die Neu djess. Der Oli, der Oli, Moment. Ja, der Oli ist mein Freund. Ja, der Oli macht das, liebe Zuschauerin. Und wir haben sich über das Auto erfahren, weil ich so brav und vorlieg bin mit dem Glasmann, hat er ihnen noch ein Geschenk. Ach ja, super. Und hat dir das gefallen? Könntest du dir vorstellen, dass du auch so etwas machen wolltest? Hast du Angst vor dem Feuer? Ja, ich bin Angst. Weil da kann man sich ganz schön brennen, da kann man sich natürlich auch wehtun, oder? Aber das Tiki zum Beispiel, der beherrscht das ganz gut. Das ist ein kleiner Feuer, toll. Aber der ist ja positiv, dann wird er noch ein Gäppchen. Der kommt jetzt, der hat das gelernt, weißt du. Und du hast, also du wirst vielleicht an der Fußball und die Feuer, der Feuer und die Fußball, also was? Oder doch leichter sind. Oder vielleicht Cowboy, oder Indianer, oder Tarzan, oder Akin, oder Dick und Doof, oder... Der kannst du noch bitte sagen, Klinsmann? Mit Bayern drin, oder? Ah, Klinsmann. Ja. Ah, nicht mehr. Herr, ich bin ja auch. Und ruhig, 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 heizungsbar.